mal leute herzlich willkommen zu einer neuen folge counter strike wir machen wir machen die die platz fertig wir sehen sie sogar wo sie sind schluchzen 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 jungen hier wird hier wird es geht steht einfach warte wer zieht nee warte und auch in counter-strike junge es wurde gleich die map gewechselt warum habe ich diese platz äh und Oh, gute Dach. Hä, Junge hat cheated, safe call. Safe, die Karte wird gleich gewechselt, ja, Junge, ich habe keinen Bock mehr auf Kaunderscheidung. Ich verlasse jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf Kaunderscheidung. Hier, hier wird nur gecheatet. Team gegen Team, jeder gegen jeder, jeder, natürlich jeder gegen jeder. Und Freunde, wenn ihr auf meinen Discord zurück wollt, steht alles in eurem Video beschreibt. Ich nehme Erdenwie schon lange, seit Counter-Strike schon ein paar Monaten, Jahre auf. Hoffentlich gibt es hier keine Bots, sonst fresse ich einen Besen. Mit. Mit. On. Stream. Ach komm, bin einfach aus dem Fenster raus. ein punkt ach so ich habe ja jeder gegen jeder ich habe ja jeder gegen jeder macht ich hätte jeder team gegen team machen müssen ja wenn man müde ist kann man ja 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 Oh, okay. halt doch die sabbel hier spiel ich habe gutes import leute gutes import nämlich gar nichts damit trotz mein import bin ich schlechter der hat gescheitert freunde wie treffen die alle auch kann ja 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 Was ist das? das stimmt du hast echt keins junge ja junge ich werde hier jeder gegen jeder oh gott das kann ja ich bitte nicht gewonnen freundschaft ist beendet freunde du bist wie wütend ich bin ich greife jeden an jeder gegen jeder und ich bin der beste den 1 habe ich von hinten geschoben das hat niemand gehört was ich sagt habe nein kommt doch her du angst hast du noch zwei ap und für den nächsten treffe ich mit headshot hier ich werde von hinten angegriffen junge die die hecke mich an meinen hintern vorbei sorry leute mein ad es muss raus junge die greift der eine macht von hit ich bin schlecht geworden einen ziel sko ach halt die sabbel doch nein das war sein plan der kleine ein und junge da trifft ihr jeden jeder gegen jeden was ist daran jetzt sucht das mein bad wächst schon lecker was kinder bekommen ja ja den den ein den ein habe ich richtig von hinten geschoben das muss ja da trifft ihr jeden erhalte die sabbe ha 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 doch ich habe meine periode hinein spart junge da trifft ja leute leute warum bin ich so schlecht denn kaum dass das war mir eingeplant da hilft mir nicht mal der ehrenloser so was sagt man nicht schade ich brauchen jetzt ein clip davon mal ja beleidigt der kleine hallo ich bleibe dich ja nicht so hart wie du packte an eis kroner gibt es nicht mehr auch komm schon könnt ihr mal mitspielen bitte ja ja ich hab headshot ja 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 Oh, ey. Hä, ich wollt... Junge, ich werd von hinten... Ja, ich bin auf... Nein, ich bin auf dem vierten Platz. Junge... Leute, ich hab keinen Bock mehr auf CSGO. Ich muss einstellen gegen Team... gegen Team... Da ist die Schwanerei vorbei, ja, hast recht. Also Leute, das Video ist jetzt zu Ende. Leute, die Fragen haben, kommen gerne an meinen Discord-Server. Ich bin bereit zu stellen. Tschüss, tschüss, tschüss. Danke. 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 Danke.